Wo gehen die Klingen hoch? Ich sehe hier keine Klingen. Spiel. Da war doch irgendwas unten. Ne, das war wieder nur eine Taschen... Äh, ich mein... Glühbirne, ich wollte Taschenlampe sagen. Ach, ja. Okay, ich habe nichts vergessen hier, oder? Nein, das sieht nicht so aus. Das wäre ärgerlich. Finde ich. Okay, äh... Plupp. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass ich da von der anderen Seite ran muss? Vielleicht, weil das so ist. Junge. So soll das. Ja, das ist sogar so. Ne, das ist nicht. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin doch schon die ganze Zeit verwirrt. Warum erzähle ich das ständig wieder? Ach, Mensch. Alice. Okay, wir schaffen das. Ja, das ist... Ja, zeig mir nicht, was da passiert. Das ist... Mir gerade ganz egal. Nicht, dass hier gleich wieder die, äh... Dingens kommen. Das wäre... Ungünstig. Ha! Alice glitcht! Cool. Okay, ähm... Gut, dass ich das gerade aufnehme. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber Alice glitcht. Schön. Guckt euch da... Es tut mir leid, oh, es ist irgendwie lustig. Ich glaube, wenn ich jetzt springe, dann tut sich das, äh... Ganze wieder, aber... Guckt euch das an. Alice schwebt. Alice schwebt. Schön. Gut. Jetzt ist es wieder weg. Ah, es war kurze Zeit lustig, aber jetzt nicht mehr und... Jetzt habe ich allerdings nicht aufgepasst, wo ich landen soll. Ah, es hat schön. Äh, ich glaube da hinten, ne? Da geht irgendwas runter. Okay, ich lasse da einfach mal was drauf. Ah ja, hier gehen die Dinger runter. Gut. Zu wessen. Oh oh. Hier auch. Ja. Gut. Da bin ich ja nochmal rechtzeitig weggesprungen, was? Ähm. Irgendwie verwirrt mich der Level völlig. Völlig. Und ich weiß noch nicht mal genau, warum. Das ist seltsam. So, ähm... Plattform, komm her. Ich danke dir. Nein, das wollte ich jetzt... Ach. Der wievielte Sprungfail war das jetzt? Ah, ich zähle sie schon gar nicht mehr. Lalala. Hm. So ein Ärger. Hm. Gut, ich spring jetzt einfach mal vorher. So. Und jetzt müsstest du drauf stehen bleiben. Yay. Danke, Alice. Ich bedanke mich. Für deine Mitarbeit. Bei diesem Let's Play. Uhuhuhu. Da hast du gut reagiert, Alice. Vielen Dank. Ui. Jups. Bäm. 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 Ne, Moment. Bäm. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass Alice einen wunderschönen Schlenker nach rechts macht zum nächsten Gegner, aber das wollte sie nicht. Ich kann es ihr nicht verübeln. Die hat ja schließlich ihren eigenen Willen. Oh, ich muss niesen gleich. Oh, das kommt. Das deutet sich an. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen. Fern. Ich höre noch mehr Slytherin Ruins. Da war einer. Okay. Habe ich es mir doch nicht eingebildet. Das erinnert mich so ein bisschen an eine, ein kleines bisschen an eine Mine irgendwie. Und warum habe ich das Gefühl, dass ich da gleich eventuell sterben könnte? Habe ich hier eventuell einen Schalter übersehen? Ne. Da muss ich mich... Irgendwie... Hm. Ach so. Ja, gut. Er versperrt mir den Weg. So sei es denn. Ja, es ist nicht unbedingt die schönste Umgebung hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Einladend ist was anderes. Oh. Kampf. Bus. Auf diese Entfernung wollte mich verorschen. Das ist neu. Das ist neu. Ui. Na gut. Man kann ihr entkommen, wenn man will. Glaube ich. Sie kann durch... Warum kann sie durch... Wände? Das ist ein gemeiner Vorteil. Das ist nicht gut balanciert, das Spiel. Oh, jejeje. Madame. Jetzt habe ich auch noch den falschen. Komm, ich wollte dir das doch so. Ich wollte dir... Ah. Frau. Nervt nicht. Danke. Einer weg. So. Fräulein. Hallo, geh kaputt. Kaputt. Wollt zu gehen. Bäh. Nein. Oh, Junge. Alter. Das macht... Die macht auch gerade, was sie will. So, Fräulein. Hau mich. Komm. Nee, nicht so. Geht doch. Oh, oh. Jetzt ist sie böse. Ja, ist... Ist okay. Ich sollte die nicht anvisieren. Ich sollte sie nicht anvisieren. Ich mache es immer wieder, aber... Also nicht... Zumindest nicht... Auf die Entfernung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Fräulein. Jetzt segne bitte das Zeitliche. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Hm. Ja, danke, Skelettfinger. Dass ihr mir zeigt, wo es hingeht. 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 Moment. Dieses Bild verfolgt uns ein bisschen, ne? Rosa. Ach da. Gut, da können wir jetzt durch, aber da hinten war auch noch so ein Ding. Deswegen mache ich das erstmal kaputt und gucke mal, wo es uns dahin treibt. Ähm. Ja. Einhorn. Enttäusche mich nicht. Danke. Eine weitere Erinnerung. Nieschön. Damagede Menschen fügen auf die Emotionen von anderen in diesem. Deine Freundschaften und Schwierigkeiten. Mhm. Oh, Moment. Oh! Oh, oh, oh. Das hätte ich jetzt wieder übersehen. Da kann man nichts mit anfangen, aber es ist ein weiterer Bonuslevel. Arrrr. Das ist schon der zweite, den ich hier finde. Ist das nicht toll? Ja. Da ist kein Zeitpunkt, um zu waschen. Da ist kein Zeitpunkt. Da ist kein Zeitpunkt. Kill or be killed. Okay. Hui. Ach komm. Aua. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Alter! Ich hänge fest. Das ist nicht gut. So, okay. Ähm. Machen wir mal. Huch. Okay, der... Die Übersicht fehlt. Das ist das einzige Problem, das ich gerade habe. Oh, da kommen diese Fische. Die sind echt merkwürdig. Ja. Verpiss dich, Fisch. Kommen die... Kommen da noch welche? Von diesen Fischen. Ich hoffe doch nicht. So, einer weniger. Ach, das ist so einer... Ich bin noch ausgewichen. Okay. Dann hier erst. Alter, Fisch. Du gehst mir auf die Nerven. Hör auf. Gut, dass du mir folgst. Okay, Fisch. Komm her. Danke. So, jetzt muss ich mich nur noch um den Vogel kümmern hier. Die haben wir ja schon gehabt. Das ist nicht so das Problem bei denen. Wenn man denn rechtzeitig ausweicht. Das scheint irgendwie gerade nicht so drin zu sein. Okay. Na, schon wieder nicht. Was ist los? Ui. Mann, Mann. Das haben wir alle schon mal besser gesehen. Egal. Ich lebe noch. Moment, da ist noch einer. Okay. Dich habe ich nicht gesehen, mein lieber Freund. So, wir wollen mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Ja, es klappt. Bullidulli. Ja. Man kann sie immer nur dreimal schlagen. Bevor sie einschlagen. Das fällt mir jetzt auch zum ersten Mal auf. Okay. Das war wieder relativ knapp. Bullidulli. Du hast bereits vermischt den Train. Ja, ich weiß. Du hast sich wieder repetiert. Oh, noch einmal. Dann habe ich noch eine Rose. Ist das nicht feierlich? One defeated, bitchbabys explode. Yes, I know. Grandios. Ich will gar nicht wissen, wie viele Geheimnisse mir durch dieses Übersehen von Abzweigungen innerhalb dieser kleinen Schlüssellöcher schon entgangen sind. Will ich echt nicht wissen. Will ich eigentlich schon wissen, aber es ist bestimmt peinlich. Ich glaube, ich muss echt so einiges nochmal spielen. Allein schon aus Prinzip. Oh, noch mehr Spitzen und bläbläbläbläbläbläbläbläbläbläbläblä So, machen wir uns erstmal wieder ein bisschen heile. Ich glaube, das ist hier wohl mal angebracht, weil, äh, ne? Ja gut, wir werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf diese Gegnermassen treffen, wie in diesem Bonus-Level, aber Ah, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Es liegt Schnee hier. Ich bin, wo ich gerade nach draußen gucke, weil hier gerade so nichts zu tun ist. Es liegt Schnee hier, wenn auch nicht mehr viel. Die Sonne scheint gerade und ich bin froh, dass es noch ein bisschen Winter geworden ist. Ich meine, das ist jetzt, äh, Ende Januar und es wurde Zeit. Vielleicht kommt da ja noch ein bisschen mehr. Ich bin dabei, also ich würde mich freuen. Ich bin ja so ein Winterfan. Muss ich zugeben. Ich bin nicht so der Sommerfreund, dafür ja der Winterfan, aber das scheint den Winter dieses, beziehungsweise letztes Jahr zumindest nicht so ganz interessiert zu haben. Aber muss ja auch nicht sein. Die Sommerfreunde haben sich ja auch die ganze Zeit beschwert, dass da der Sommer irgendwie nicht so toll war. Ah, ja. Okay, das ist jetzt seltsam. Ich glaube, ich sehe schon, wo das hinläuft. Ungefähr. Auf ein kleines Labyrinth mit ganz vielen lustigen Dingen, die uns töten möchten. Schön. Da freue ich mich doch jetzt schon drauf. Und was ist das? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Da ist ein Schalter. Das Ding können wir vielleicht mit einem Schalter irgendwie hoch machen oder so. Ich weiß es nicht. Da ist eine Erinnerung. Das stimmt wohl. Hm, okay. Nee. Habe ich das jetzt verstanden oder habe ich das nicht verstanden? Da ist jetzt was offen geworden und da müsste ich jetzt irgendwo durch... Ah. Okay. Alles klar. Na gut. Nee. Ah. Ah. Uh. I. U-A-O-O-A. Oh. Okay. Dann warten wir, bis das Ding gleich weg ist und dann können wir uns eine Flasche holen. Yay. Okay. Yay. Okay. So, geh weg da. Danke. So, wir gehen da weiter. Oh, das wird schön. Ich wollte nämlich eigentlich... Ja, genau. Nach links da. Damit... Äh. ich mir genau, das Dings abholen kann. Das Geheimnis, das sich möglicherweise hinter diesem Schlüssellof verbirgt. Ja, es ist kein Geheimnis. Ich hätte da sowieso hin müssen, sowieso aussehen. Ja, siehste. Boring. 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 I'm amazing. Naja. Ich muss mal nicht übertreiben. Mhm. Nun gut. Da kann ich nicht hochspringen. Ist ja auch schon... ...irgendwie... ...klar gewesen. Da springe ich jetzt auch nicht hin. Ich warte einfach, bis ich da... ...ankomme. Quasi gleich. Nicht jetzt. Oh. Hahaha. Oh, ne. Crap. Naja. Wir haben ja Zeit. Einfach beim nächsten Mal nicht so weit laufen. Äh. Äh. Ja, los. Geh runter. Danke. Sehr nett. Oh. Friede. 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 Bis zum nächsten Mal.